Hallo und herzlich willkommen zu diesem React.js Crashkurs. Wenn du schon immer einen Einblick in die JavaScript-Library React bekommen wolltest, bist du hier genau richtig. Wir bauen mit React zusammen eine klassische To-Do-App, für das Styling integrieren wir das beliebte CSS-Framework Tailwind in unser Projekt. Die App ist von den Funktionalitäten erstmal ziemlich leicht zu verstehen, bietet aber alles, was man auch in komplexeren Projekten nutzen kann. Es handelt sich nämlich um eine sogenannte CRUD-Applikation, also eine App, in der wir Elemente anlegen, lesen, updaten und löschen können. Ich zeige einfach mal, wie das Ganze hier aussieht, und zwar aktuell haben wir jetzt hier eine To-Do-Liste, in der wir keine To-Dos haben. Wir können jetzt hier ein To-Do schreiben, zum Beispiel einkaufen und das dann hinzufügen. Da sehen wir, wir haben jetzt hier noch ein To-Do übrig, eins davon ist eben offen. Und was können wir jetzt noch machen? Wir können sagen, wir müssen irgendwie Sport machen. Das ist ein weiteres To-Do. Und jetzt haben wir das hier eben auch in unserer Liste. Und wir können diese abhaken. Dann sehen wir, wir haben jetzt hier noch zwei To-Dos übrig. Eins davon ist offen und können auch das zweite abhaken und auch wieder hier aufnehmen. Aber wir können auch ein To-Do, wenn wir es fertig haben, zum Beispiel komplett entfernen. Eine weitere Funktionalität, die wir hier noch haben, ist, wenn wir hier auf F5 drücken, also die Seite refreshen, dann bleibt uns unsere Liste erhalten. Das heißt, wir speichern hier unsere To-Do-List in Local Storage und holen sie uns beim Reload der Seite wieder in React App zurück. Also wie gesagt, an sich ein relativ einfach zu verstehendes Projekt, aber es bietet eben eine ganze Menge an Themen, die wir hier schon lernen können. Und du wirst in diesem Crashkurs Folgendes lernen können. Erstmal, wie installiere ich eigentlich React und wie erstelle ich ein React Projekt? Wie sind React.js Projekte aufgebaut? Also wie ist die Folderstruktur? Was sind Components? Was ist eigentlich dieses JSX? Wie stylt man Components in React? Was sind Props, also Properties? Was ist State? Und wir lernen auch React Hooks wie Use State und Use Effect. Außerdem lernen wir auch, wie Components miteinander kommunizieren können. So, genug der Einführung. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem Erstellen eines neuen Projekts. So, eine wichtige Voraussetzung, die du auf jeden Fall brauchst, um React.js überhaupt installieren zu können, ist Node.js. Solltest du das nicht haben, einfach auf Node.js.org gehen und hier für dein Betriebssystem Node.js herunterladen und den Installationsanweisungen folgen. Solltest du dir nicht sicher sein, ob du Node hast, einfach eine Commander in deiner Wahl öffnen und hier Node-Version eingeben. Und hier solltest du dann eine Version angezeigt bekommen. Und wenn dem so ist, und die unterscheidet sich jetzt nicht großartig von der, die ich habe, dann bist du hier bereit. Solltest du hier eine ältere haben, im Idealfall einfach mal updaten, damit wir hier auf einem ähnlichen oder im Idealfall gleichen Stand sind. Okay, wenn das alles passt, dann können wir jetzt hier einen neuen Follower erstellen. Ich habe den mal React-to-do-App genannt und wir navigieren jetzt hier einfach mal in diesen Folder rein, in der Command-Line, weil wir hier über Node, eben über die Command-Line, uns ein Projekt erstellen. npx create-react-app, dann den Namen von der App, wir nennen sie einfach mal jetzt hier to-do-app. Und ich gebe jetzt hier noch an, dass ich hier npm verwenden möchte mit minus minus use npm. Ich habe nämlich auch noch den Paketmanager IAN installiert. Dann einfach Enter drücken und jetzt dauert das Ganze ein bisschen, jetzt wird jetzt hier eben ein paar Pakete installiert und das Projekt aufgesetzt. Okay, wenn das durchgelaufen ist, dann sieht man hier auch direkt, was man hier alles machen kann. Und zwar müssen wir erstmal in das Directory-to-do-App rein. Das geht einfach über CD und dann Tab, dann kommen wir auch direkt hier in den Ordner. Und jetzt können wir über npm start den Development-Server starten. Okay, und jetzt sehen wir hier, haben wir hier so eine Basis-App mit einem Background und einem rotierenden React-Logo. Das machen wir jetzt erstmal zu, weil wir jetzt erstmal direkt in die Folderstruktur wechseln. Dafür einfach hier dann die Übersteuerung C, diesen Vorgang abbrechen und in das Projekt reingehen. Ich mache das Ganze mit Visual Studio Code und deswegen kann ich jetzt hier Code Punkt eingeben und damit öffnen wir dann den Projekt-Folder. Ich kann Visual Studio Code dir nur sehr ans Herz legen, weil es die Entwicklung sehr vereinfacht. Solltest du das Ganze allerdings nicht nutzen, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Ich werde hier allerdings auch ein paar Spezialitäten von VS Code nutzen, also ein paar Extensions für React. Wie gesagt, kannst du dir nur ans Herz legen, es ist ein toller Editor mit Abstand der beste, meiner Meinung nach, auf dem Markt. Aber ich würde sagen, gucken wir uns jetzt einfach mal das Ganze an. Und zwar sehen wir jetzt hier, ich mache das Ganze noch ein bisschen größer. Das wird jetzt hier verschiedene Folder haben. Und zwar sehen wir jetzt hier Node-Modules, diesen im Idealfall einfach gar nicht erst öffnen. Hier drin ist alles Mögliche installiert. Und hier sollte man auch nichts ändern, rauslöschen oder irgendwas verändern. Das ist das, was eben unser NPM-Manager für uns eben handelt. Und was wir außerdem haben ist, wir haben jetzt hier einen Public-Folder. Dort haben wir eine Index-HTML, ein paar Logos und so weiter. Hier ist interessant, in dieser Index-HTML, das ist letztlich das, was wir hier über React rauskriegen. Und zwar wird alles, was hier in diesem Source-Folder gebaut wird, hier letztlich in diese ID-Root reingeschrieben. Das heißt, unsere React-App lebt genau hier drin. Auch hier drin sollten wir oder müssten wir in der Regel erstmal nichts anpassen. Deswegen einfach hier nochmal zumachen. Wir arbeiten in der Regel einfach immer in diesem Source-Folder, beziehungsweise in diesem Package.json-File. Und zwar sehen wir hier, haben wir hier in diesem Source-Folder verschiedene Files. Hier sehen wir, haben wir einen Styling-File, also eine CSS-File. Wir haben hier ein JS-File, das genauso heißt wie das hier. Also die gehören auch zusammen. Das gleiche haben wir hier nochmal Index.CSS und Index.JS. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier diese Index.JS an. Und hier sehen wir auch, das ist unser Root-Component. Das heißt, hier drin wird alles, was wir in anderen Files machen, zusammengeführt. Und dann können wir hier auch sehen, haben wir hier ein Document-Get-Element-By-ID-Root. Das ist die ID, die wir hier in diesem Public-Folder haben. Das ist hier, damit spricht React dieses Root, dieses Div-Element hier an. Und hier drin werden dann eben alle Sachen eingefügt, das React uns eben erstellt. Was können wir hier drin sehen? Hier drin werden ein paar Sachen importiert. Also hier drin importieren wir React. Wir importieren React-DOM und wir importieren jetzt hier ein Index.CSS-Styling. Das stylt eben unsere App. Und hier drin unter React-DOM-Render, hier wird eben dann unsere React-App gerendert. Und wir sehen jetzt hier, wir haben hier React-Strict-Mode. Hier ändern wir auch nichts. Was wir hier letztlich haben, ist, wir haben jetzt hier so ein App-Component. Das heißt, das sieht aus wie ein HTML-Tag. HTML-Tag hat allerdings einen eigenen Namen und kein HTML-Tag, wie man ihn vielleicht jetzt irgendwie kennt über Input oder sowas oder ein Div. Sondern das ist eben ein eigener Name. Und dieser Name hier, der kommt aus diesem File App.js. Und das hier ist jetzt dieser App-Component. Der kriegt eben auch ein Styling über diese App.css. Wir importieren hier noch ein Logo. Und hier drin passiert jetzt letztlich die ganze Magie. Also was wir jetzt hier sehen ist, wir haben jetzt hier eine Funktion mit dem Namen App. Und diese Funktion returnet hier etwas. Und wie man hier sehen kann, die returnet kein JavaScript-Objekt, sondern sie returnet, ja, irgendwie HTML. Aber eigentlich kann JavaScript kein HTML returnen. Und jetzt sind wir hier schon beim Thema JSX. JSX ist eine Erweiterung von JavaScript, die es eben erlaubt, auch HTML-Text zu returnen. Und dadurch fühlt sich React oder das Programmieren mit React eben an, wie so eine Kombination aus JavaScript-Programmierung und eben, ja, einfaches HTML und Styling mit CSS. Also es wird alles irgendwie miteinander verwurschtelt und miteinander kombiniert. Und am Ende kriegt man dann eben eine Applikation heraus. Wir haben jetzt hier einen Div mit der Klasse App. Hier sieht man auch schon eine Spezialität von React. React und zwar haben wir jetzt hier einen Div, der hat ja normalerweise hier das Class-Attribut für eine Klasse. Wir haben allerdings eben hier das Ganze, hier drin steht allerdings Class-Name. Und das liegt daran, da Class ja ein reserviertes Keyword in JavaScript ist. Und deswegen brauchen wir für Stylings eben einen anderen Namen als eben Class, weil der ist ja reserviert. Deswegen haben wir jetzt hier in JSX eben das Wort Class-Name für das Styling. Ansonsten nichts Besonderes. Wir haben hier einen Header. Der hat eben auch eine Klasse. Wir haben hier ein Image. Das ist das, was rotiert. Und hier drin dann noch ein paar Links. Mehr ist es erstmal nicht, was wir jetzt hier standardmäßig in React haben. Über so eine Funktion ein Component zu schreiben, ist eine. Und die auch aktuell favorisierte Möglichkeit. Man könnte das Ganze auch über Klassen schreiben, aber das ist eher nicht mehr so state-of-the-art. Diese Funktion wird am Ende exportiert über eben ein Modul und hier dann in einem anderen Component. In dem Fall ist es jetzt hier dieses index.js-File wieder importiert. Und dann kann man das einfach wie semantische HTML-Tags hier drin nutzen. Dafür muss man sie einfach nur ganz normal wie ein normales Skript eben importieren. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal die App nochmal über npm-start. Und jetzt löschen wir einfach mal alles hier aus diesem Projekt heraus, was wir nicht mehr brauchen. Also, machen wir das mal hier ein bisschen kleiner. Und das auch. Okay, also, hier drin brauchen wir folgende Sachen nicht. Und zwar brauchen wir erstmal hier in dem Fall dieses Styling nicht mehr. Also, stylen machen wir hier nicht über CSS in dem Fall. Sonst fassen wir hier drin erstmal nichts an. Dann gehen wir jetzt mal in diese App.js und hier drin können wir eigentlich alles löschen, außer diesen ersten div. Und den entfernen wir mal so. Dann entfernen wir hier noch das Classname. Und hier schreiben wir einfach mal ein HTML-Tag rein und das ganze Hello World. Dann löschen wir außerdem noch das Logo, sowie hier das Import-App-CSS. Und wir löschen auch noch das komplette, wichtig, Index-CSS braucht man nachher noch. Aber dieses App-CSS, das können wir hier komplett aus dem Projekt entfernen. So, wenn wir das Ganze dann speichern, dann sehen wir jetzt hier, haben wir jetzt hier noch unser Hello World. Okay, und damit sind wir jetzt hier auf einem Bestand, wo wir dann unser eigenes Projekt eben aufsetzen können. Ein paar Kleinigkeiten werden wir noch machen. Und zwar werden wir jetzt hier auch eine Extension für React installieren. Wie gesagt, das geht nur, wenn du auch VS Code benutzt. Außerdem wollen wir auch noch Tailwind in das Projekt integrieren. Dafür erstmal in VS Code, in Erweiterungen und hier nach React suchen. Und hier drin dann einfach das allererste, was du hier findest, ES7, React, Redux, GraphQL und so weiter. Hier einfach installieren und dann aktivieren. Und damit haben wir dann ein paar React-Snippets zur Verfügung, die uns das Ganze eben erleichtern, dass wir hier dann einfach Functional Components bauen können. Tailwind hat eine ganz gute Anleitung zur Installation. Dafür einfach auf tailwind.css.com slash docs slash guides slash create react app. Und hier drin, dann gehen wir erstmal in unsere Kommandozeile und stoppen mal den Development-Server. Hier müssen wir dann erstmal Tailwind installieren und außerdem noch ein Post, CSS und ein Auto-Prefixer. Das hier einfach kopieren, installieren und dann ist das Ganze auch in unser Projekt integriert. Und für Tailwind brauchen wir außerdem noch ein Override für unser Create React App. Und das Ganze hier steht so im Detail erklärt, also wir brauchen Post, CSS und deswegen brauchen wir hier Krako. Krako steht eben für Create React App Configuration Override und das müssen wir installieren. Und jetzt überschreiben wir eben diese Standardkonfiguration, also dieses React Scripts Start durch Krako Start. Dafür einfach das hier kopieren. Hier müssen wir dann in das Package.json, dann einfach nach Start, Build und Test hier suchen und dieses Create Scripts Start einfach überschreiben durch eben Krako einfach hier reinkopieren. Und jetzt sind wir hier ready to go. Und jetzt können wir auch hier noch weitermachen und zwar brauchen wir hier noch eine Krako Config.js. Dafür einfach hier eine neue Datei anlegen. Krako.config.js Ganz wichtig, die muss hier im Root-Folder liegen, das heißt auf der Ebene von dem Package.json-File. Und hier drin kopieren wir einfach das aus der Doku einfach rein, dann speichern, dann weiter in der Doku und zwar brauchen wir dann noch ein Tailwind.config.js-File und hier kopieren wir einfach den CLI-Befehl. Dann gehen wir wieder in unsere Command-Line und installieren jetzt hier einfach mal unser Tailwind.config.js. Jetzt sehen wir das hier, das ist auch direkt hier vorinstalliert und ja, hier drin müssen wir erstmal nichts verändern. Das müssten wir erst machen, wenn wir dann in Produktion gehen, also das heißt ein Projekt bauen, was wir allerdings hier in diesem Crash-Kurs eben nicht machen werden. Dann müssen wir jetzt hier noch unsere Stylings einfügen und zwar in die Index.css. Hier einfach das kopieren, das sind eben Utility-Klassen, die wir hier in Tailwind importieren. Wenn du hier mehr wissen willst, wie Tailwind eigentlich funktioniert, ich habe auch einen kleinen Crash-Kurs zu Tailwind gemacht. Wenn dich das nicht so interessiert, hier einfach folgen oder eben ein eigenes CSS schreiben. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier mal in index.css und überschreibe jetzt hier mal die Standard-Konfiguration. Wichtig, ich habe vorher das Ganze hier aus dem index.js eben gelöscht. Hier müssen wir das Ganze nochmal importieren, Punkt für den aktuellen Folder und dann einfach index.css. Und damit importieren wir jetzt hier unser Styling und wenn wir jetzt ausführen, npm run start, dann startet jetzt hier die App und jetzt sollten wir auch gleich hier ein leicht anderes Styling sehen. Okay, und wie man sehen kann, ja, also es ist nicht mehr so fett, sondern eben sehr klein. Das liegt daran, dass eben Tailwind ein CSS-Reset macht und wir hier von 0 auf eben starten können, unsere eigene, ja, unser eigenes CSS zu entwickeln. So, jetzt können wir uns aber mal wirklich um React kümmern und unsere ersten Components bauen. Wenn wir eigene Components bauen, dann ist es eigentlich Best Practice hier in diesem Source-Folder einen neuen Folder zu erstellen und diesen Folder einfach Components zu nennen. Hier drin wissen wir dann, dass hier unsere, ja, Components leben. Und was wir letztlich brauchen ist, wir wollen eine To-Do-List erstellen. Das heißt, wir haben ein Gerüst für die To-Dos und wir haben natürlich auch noch das To-Do selbst. Das heißt, wir bauen zwei Components und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem To-Do-List-Component. Dafür einfach ein neues File erstellen und nennen das Ganze mal To-Do-List.js. Ganz wichtig, wenn man eigene Components schreibt, sollten diese immer mit dem Großbuchstaben anfangen, damit man eben nicht mit den Standard-HTML-Tags sich irgendwie berührt und diese sich, ja, gegenseitig überschreiben oder ein ungewünschtes Verhalten auslösen. So, jetzt haben wir hier ein leeres File. Ich habe ja am Anfang hier dieses Create React App Snippets runtergeladen und über RAFCE können wir jetzt hier einen Functional Component erstellen. Und hier kriegen wir dann direkt eine Funktion, die dann eben auch To-Do-List heißt, das heißt, wie unser File und diese wird auch direkt exportiert. Das ist sehr praktisch, um eben, ja, schnell hier zu entwickeln. Und hier in diesem Div-Container schreiben wir erstmal einen Platzhalter rein und nennen den einfach mal To-Do-List. So, okay, passt. Okay, das wird jetzt hier mal ein Template für unsere To-Do-List. Dann erstellen wir noch ein To-Do. Und auch hierfür einen neuen Component und den nennen wir einfach mal To-Do.js. So, und hier drin das gleiche Spiel, RAFCE für ein Functional Component und hier drin schreiben wir eben auch eine H1 und schreiben wir einfach ein To-Do. Okay, jetzt haben wir hier unsere Components und was wir ja letztlich machen wollen, ist, wir wollen ja irgendwie diese To-Do-List auch anzeigen. Das heißt, wir können jetzt hier, weil in dieser App.js und hier drin importieren wir jetzt einfach mal unsere To-Do-List. Wichtig, die To-Do-s importieren wir ja nicht direkt, weil wir so eine Art Baumstruktur haben werden. Das heißt, wir importieren das To-Do in die To-Do-List und die To-Do-List importieren wir dann in App.js. Das heißt, hier importieren wir nur eben, ja, To-Do-List. Und hier ist, wie es Code auch schlau genug, um uns direkt hier den Pfad anzugeben. Hier einfach To-Do-List from Components To-Do-List. So, und jetzt können wir statt diesem Hello World, was wir vorher hatten, unsere eigene semantische HTML eben schreiben. Und das Ganze ist auch ein Self-Contained Component, das heißt, wir können uns den Teil hier auch sparen und das einfach so schreiben. Und jetzt sehen wir hier, haben wir unsere To-Do-List hier oben stehen. Das heißt, das Importieren hat hier schon mal funktioniert. Und das Gleiche machen wir hier nochmal. Hier importieren wir dann auch direkt mal unser To-Do. Und das nutzen wir dann einfach mal hier drin. Und das machen wir jetzt mal so, dass wir es eben dann nicht nur einmal schreiben, sondern dass wir das Ganze dann eben mehrmals schreiben. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach mal drei To-Do-s drin. Und wenn wir das speichern, sehen wir dann hier To-Do, To-Do, To-Do. Vielleicht hier nochmal eine Überschrift oder sowas. Das muss jetzt auch nicht perfekt sein. Das heißt jetzt mal unsere To-Do-s. Und hier drunter dann eben unsere To-Do-Components. So, hier drin erstellen wir dann noch ein Beispiel-Datenobjekt. Eben mit unseren To-Do-s, die wir am Anfang haben. Das ist einfach dazu da, um eben Daten zu simulieren. Und hier nennen wir das Ganze einfach mal Const To-Do-s. Und erstellen mal ein Array. Und hier drin ein Objekt. Und als Key nennen wir das Ganze mal Description. Und als To-Do machen wir hier Einkaufen. Und als zweiten Parameter haben wir dann Done. Und das ist in dem Fall dann mal False. Dann erstellen wir hier noch ein weiteres To-Do. Jetzt erstellen wir mal insgesamt drei. Hier noch Sport. Und Programmieren. Dann sagen wir mal, wir haben heute Morgen schon fleißig und haben bereits das Einkaufen erledigt. So, das sind unsere To-Do-s und die wollen wir jetzt mal hier drin darstellen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Daten, die wir hier in diesem Component To-Do-List erstellt haben, hier rein. Und dafür gibt es sogenannte Properties. Und diese Properties, die können wir eben hier drin definieren. Und zwar wollen wir sagen, dass unser To-Do hier eben gewisse Werte entgegennehmen kann, also Daten entgegennehmen kann. Und was wollen wir hier? Wir wollen Description und den Status Done eben weitergeben. Und dafür schreiben wir dann auch einfach hier Description rein. Und das ist in dem Fall dann eben ein Objekt. Und hier brauchen wir dann Curly Braces auf und zu, weil wir jetzt hier eine JavaScript Expression haben. Das heißt, wir wollen aus diesem Datenobjekt dann eben etwas extrahieren und hier an diesen Component übergeben. Und wir wollen in dem Fall mal To-Dos. Und zwar wollen wir das erste To-Do haben. Und hier drin wollen wir dann die Description übergeben. Außerdem wollen wir hier noch den Status übergeben. Hier brauchen wir kein Komma oder irgendwas, sondern einfach das Ganze hintereinander packen. Und wir wollen dann eben Done. Und Done ist von den To-Dos, hier holen wir über den Index das erste Element, einfach dann das Done hier raus. So, jetzt passt's. Das kopiere ich jetzt mal. Und wir wollen jetzt hier einfach nur den Index verändern, dass wir einfach hier eben das erste To-Do und das zweite To-Do haben. Und ja, jetzt sehen wir, passiert erstmal gar nichts. Wir übergeben zwar unsere To-Dos hier an diesen To-Do Component, allerdings weiß dieser Component damit noch nichts anzufangen. Und der braucht jetzt hier bei dieser Funktion erstmal hier Props. Und diese Props können wir dann einfach hier drin verwenden. Und statt jetzt hier To-Do reinzuschreiben, können wir jetzt hier dann eben unsere Props verwenden. Auch hier brauchen wir dann, weil wir jetzt wieder eine JavaScript Expression haben, Curly Braces. Und hier können wir dann sagen, wir wollen Props.Description zum Beispiel haben. Und jetzt sehen wir, haben wir hier Einkaufen, Sport und Programmieren drin stehen. Hier drin könnten wir jetzt einfach mal beispielsweise noch ein weiteres Property verwenden, und zwar eben das Done Property. Und wenn wir jetzt hier das so machen würden, würden wir sehen, okay, hier passiert gar nichts. Das liegt daran, dass wir hier ja kein String haben, den wir irgendwie darstellen können, sondern wir haben jetzt hier ein True oder ein False. Und es wird uns nicht als Text dargestellt. Aber wenn wir damit arbeiten wollen, können wir hier einen Trick verwenden, und zwar eignen sich sehr gut Ternary Operators für eine Darstellung. Und das muss man einfach so lesen. Also wir haben jetzt hier, das ist unsere If-Bedingung. Wenn die erfüllt ist, dann kommt dahinter ein Fragezeichen. Und wenn das eben passiert, dann wollen wir jetzt in dem Fall haben, ja, es ist erledigt. Und wenn dem nicht so ist, haben wir unsere Else-Bedingung. Dann können wir hier zum Beispiel reinschreiben, noch zu erledigen. Und ja, jetzt sieht es ein bisschen unsauber aus. Wir werden uns auch gleich um das Styling kümmern, aber hier sehen wir dann, Einkaufen ist erledigt, weil wir hier ja ein True haben. Und der Rest ist eben bei noch zu erledigen. Also das wäre mal ein Beispiel, wie man hier so eine JavaScript-Expression nutzen kann, um eben auch bedingt Text darzustellen. Hier können wir allerdings auch noch ein bisschen sauberer arbeiten, und zwar können wir diese Props, die wir haben, statt hier mal Props, Punkt zu schreiben. Das ist ja ein Objekt, auf das wir hier zugreifen. Und dieses Objekt können wir direkt hier drin die Structuren. Und dann schreiben wir einfach nur den Namen, den wir eben haben wollen. Also Description und Done. Und damit können wir auch direkt hier dieses Props hier rauswerfen. Und das ist auf jeden Fall die saubere Schreibweise. So, und funktioniert genauso wie vorher. Okay, eine Sache stört mich hier noch, und zwar haben wir jetzt hier dreimal diese To-Dos untereinander geschrieben. Und das ist natürlich nicht gut, nehmen wir an, wir hätten hier ein viertes To-Dos. Das ist ja hier statisch reingeschrieben. Und nehmen wir an, wir adden eins, dann wollen wir ja nicht den Code editieren, sondern wollen, dass wir hier unsere Elemente eben dynamisch rendern. Das heißt, wenn die Liste eben aus vier To-Dos besteht, dann soll der Code trotzdem nur einmal ausgeführt werden, ohne dass wir ja händisch ein To-Dos hinzufügen müssen. Und dafür verwenden wir hier wieder eben JavaScript. Und da wir JavaScript verwenden, brauchen wir hier wieder diese Curly Braces, eben damit React weiß, dass wir hier eben eine JavaScript Expression verwenden. Und wir können hier ganz normale Array-Methods ausführen, und zwar To-Dos.map. Das wird auch sehr, sehr oft benutzt. Und zwar wollen wir mappen über diesen To-Do-Array. Und was wir da haben wollen, wir wollen von jedem Element, das heißt, ich nenne es hier mal Item, Ich mache das hier nochmal ein bisschen sauberer, ich nehme jetzt hier mal eine Arrow-Funktion. Also wir wollen ein Item haben, und dieses Item ist dann in dem Fall einfach das hier. Und wir wollen dann ein To-Do hier darstellen. Und zwar wollen wir dann, das lösche ich auch mal direkt, wir wollen von diesem Item dann eben die Description haben. Und da wir jetzt hier nur noch ein Objekt haben, da wir jetzt hier drüber loopen, brauchen wir auch hier diesen Index nicht mehr. Das heißt, wir können hier direkt über Item.Description hier die Description eben rausziehen. Und das gleiche können wir auch für hier machen. Also Done ist dann eben Item Done. Und ganz wichtig, Map muss ein Objekt return. Das heißt, wir müssen hier auch Return reinschreiben, weil sonst wird uns hier nichts angezeigt. Und ja, wie wir sehen können, das funktioniert. Und wie man sehen kann, ja, alles dynamisch. Also soweit, so gut. Eine Kleinigkeit haben wir ja allerdings noch, und zwar wenn wir das Ganze hier untersuchen, dann sehen wir jetzt hier einen Error, beziehungsweise eine Fehlermeldung. Und zwar kriegen wir eine Warnung, dass jedes Schaltelement in dieser Liste einen uniken Key-Property haben soll. Und auch hierfür ist eben Map sehr gut geeignet, da wir hier als zweiten Parameter einen Index eben definieren können. Und hier können wir dann sagen, wir wollen diesen Index auch drin verwenden als weiteres Property. Und zwar einfach dann Key ist Index. Ja, und damit, wenn wir jetzt hier refreshen, ist dieser Fehler verschwunden. Und wir haben jetzt hier sauber und dynamisch hier unsere ersten Do-Elemente dargestellt. Okay, da das jetzt hier technisch schon mal funktioniert, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das Ganze hier auch stylen können. Das werfe ich hier nochmal komplett raus. Das werden wir ein bisschen anders darstellen. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch unsere To-Dos. Aber stylen wir erstmal hier unsere To-Do-List. Okay, dafür stylen wir jetzt hier erstmal nicht direkt in der To-Do-List, sondern wir gehen erstmal in App.js, weil wir hier eben das Alignment von dieser To-Do-List hier definieren wollen. Hier drin nutzen wir dann Classname, eben für die Tailwind-Syntax. Und dann werden wir hier eine Max-Bit von Large darstellen. Das heißt, hier haben wir dann insgesamt eine maximale Breite von 576 Pixel hier für diese To-Do-List. Und jetzt geben wir da noch ein bisschen Styling. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal das Ganze in die Mitte packen. Ich glaube, jetzt muss ich es doch ein bisschen größer machen. Also jetzt haben wir aktuell dieses Element eben. Ich hoffe, das ist da noch gut lesbar. So, jetzt ist es hier in der Mitte. Das ist allerdings auch noch alles linksbündig. Und hier können wir zum Beispiel auch mal ein Background reinmachen über WG Grey 200. Damit kriegen wir jetzt hier für diese To-Do-List hier eben so einen Grauen Background. Und vielleicht noch eine Margin Top, dass das hier nicht so oben klebt, von 80 Pixel. Und ja, damit hätten wir jetzt erstmal hier das Ganze soweit gestylt, dass wir eben hier das Ganze auch als HTML-Element erkennen können. Dann können wir jetzt mal in die To-Do-List, JS reingehen und werden jetzt hier weiter stylen. Ich würde hier nochmal einen Div-Container um dieses H1-Element bauen, da wir das centern wollen. Das geht einfach mit Text-Center ganz gut. Dafür einfach hier den Div erstellen. Hier reinpacken. Jetzt hier nochmal die Schrift ein bisschen größer. So, jetzt sollte man es eigentlich auch wieder ganz kurz sehen können. Hier drin dann einfach ein Class-Name definieren. Und wir centern mal hier die Überschrift. Und außerdem geben wir hier noch einen anderen Background. Zum Beispiel BG Grey 900. Und dann ein Text White, dass man den Text auch wieder lesen kann. Und dann noch ein Text 3XL, dass wir hier einen etwas größeren Text haben. Außerdem ist es jetzt sehr gedrängt. Geht man dem Ganzen noch ein bisschen Padding nach oben und nach unten. Und ja, reicht das mal, denke ich mal, hierfür. Obwohl hier können wir dem Ganzen auch einen Font-Semi-Bolt geben, dass es auch noch ein bisschen dicker aussieht. So, jetzt sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Und ja, was können wir jetzt noch machen? Wir können außerdem vielleicht hier dem Ganzen noch so ein Shadow geben. Dieser ganzen To-Do-List. Das heißt, wir können den Div drüber anpacken. Und wenn wir hier drüber habbern, dann würden wir zum Beispiel einen etwas größeren Shadow sehen. Das heißt, einen Standard-Shadow können wir hier so kriegen über Shadow SM. Den sieht man jetzt nicht so wirklich. Aber wenn wir hier drüber habbern, dann sehen wir jetzt hier einen größeren Shadow. Und zwar Shadow-LG. Und damit kriegen wir eben hier visuelles Feedback von unserer To-Do-List. Okay, damit werden wir jetzt hier erstmal in der To-Do-List fertig. Jetzt können wir mal uns um die To-Dos an sich kümmern. Und zwar haben wir jetzt hier ja nur die Description drinstehen. Und was wir außerdem noch brauchen, ist ein Button, damit wir die To-Do löschen können. Und wenn wir hier auf die Description draufklicken, soll auch etwas passieren. Und zwar wollen wir dann das To-Do von Done auf False und eben andersherum setzen. Das heißt, ich würde sagen, erstellen wir erstmal hier einen Button. Und in den Button schreiben wir einfach rein, löschen. Und ja, jetzt sieht das Ganze hier erstmal ein bisschen doof aus. Es ist untereinander. Und hier können wir einfach Flexbox nutzen. Dafür einfach Classname ist gleich Flex. Hier können wir dann sagen, wir wollen das Ganze eben über Justify auch anordnen. Und hier bietet sich an Between. Das heißt, wir kriegen hier links das erste Element und eben rechts das zweite. Es sieht jetzt auch noch sehr gedrängt aus. Auch hier wollen wir vielleicht noch ein bisschen Padding reinkriegen. Sagen wir mal ein Padding von zwei. Und dann haben wir jetzt hier schon etwas mehr. Vielleicht noch ein bisschen Padding. Machen wir hier nach links und rechts. Dann brauchen wir eigentlich nur P2. Und dann haben wir auch nach links hier noch Padding drin. Und ja, würde ich sagen, den Button stylen wir noch. Und machen hier die Schrift vielleicht auch ein bisschen größer. Dann Classname, sagen wir mal hier TextXL. Das ist schon relativ groß. Machen wir vielleicht TextLG. Und das Ganze auch hier für den Button. Und dem Button wollen wir außerdem hier noch ein anderes Styling geben. Das heißt zum Beispiel TextLBGGray. Machen wir hier mal 400. Und geben wir dem auch noch ein bisschen Padding nach rechts. Und mal P2 als E-P-Gray. Okay, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Ich würde sagen, hier geben wir noch einen Text White. Und ja, sieht jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Was mir hier noch auffällt, ist, dass hier die Items hier nicht in der Mitte sind. Das können wir über Items Center machen. Das heißt, das ist das gleiche wie Align Items bei Flexbox. Und hier centern wir dann eben unsere Dutus auch in der Mitte. Und was außerdem hier immer noch gut ist, wir wollen hier, wenn wir hier draufklicken, dann das Ganze eben auf Done oder eben auf, ja, nicht Done setzen, dass wir hier einen Cursor haben. Den kriegen wir einfach über, hier bei der H1 ist das ja, über Cursor und dann Pointer. Damit kriegen wir jetzt hier einen Pointer, wo man dann auch eben erwarten kann, dass man hier, wenn man draufklickt, auch etwas passiert. In dem Beispiel, das ich hier am Anfang gezeigt habe, hatten wir jetzt ja so gemacht, dass wir hier, wenn eine To-Do erledigt ist, dann haben wir das hier grün, also den Background. Und wenn dem nicht so ist, dann haben wir den Background rot. Und hierfür können wir dann, statt das Ganze hier einfach so zu schreiben, also über, ja, ganz normale Classname-Vergabe, auch über JavaScript-Expressions zu machen. Und das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht diese statischen Klassennamen, sondern wir wollen hier dynamische Klassennamen. Und dafür können wir dann das Ganze hier über einen String, können wir dann hier eine JavaScript-Expressions auch wieder verwenden. Das heißt, ich schreibe hier drüber mal, wie das Ganze besser aussieht. Und vielleicht noch eine wichtige Sache, die ich gar nicht so erwähnt habe am Anfang. Und zwar kriegen wir jetzt hier einen Fehler. Und das liegt daran, dass wir hier mehrere HTML-Elemente zurückgeben wollen. Und ganz wichtig, in React kann man immer nur ein einzelnes Element returnen. Das heißt, hier haben wir einen div und noch einen zweiten div. Und um das hier, ja, zu beheben, könnten wir hier nochmal einen anderen div herumbauen und diese hier reinpacken. Und schon hätten wir keine Fehler mehr. Das heißt, man kann immer nur ein einzelnes HTML-Element returnen. Das ist ganz wichtig. Und, ja, kann sonst zu Verwirrung führen. Aber nochmal zurück. Hier schreiben wir jetzt einfach mal das Ganze dynamisch. Und zwar Classname ist und dann eben nicht ein String, sondern eben eine JavaScript-Expression. Und ich gehe hier mal auf mehrere Zeilen. Und wenn das Ganze eben done ist, also das ist hier ein truthy oder falsy. Das heißt, hier haben wir in dem Fall true oder false. Dann wollen wir hier wieder einen Ternary-Operator verwenden. Und hier wollen wir dann einfach eine normale Klasse verwenden. Wir wollen einfach die Klasse, die wir hier auch haben. Also optisch ändert sich hier erstmal nichts dran. Kopiere ich mal hier rein. Und vielleicht auch direkt hier drunter schon mal für die andere Bedingung. Dann wollen wir jetzt hier eben diese Klasse auch haben. Was sich aber unterscheidet ist, wir wollen hier, wenn das Ganze nicht erledigt ist, einen roten Background. Und wenn das Ganze erledigt ist, dann wollen wir einen grünen Background. Mal jetzt hier mal BG Green, mal 600. Und ja, jetzt müssen wir hier noch das Ganze ein bisschen aufräumen. Das können wir mal komplett entfernen. Okay, also diesen Div, wir brauchen hier noch einen öffnen Div für diesen unteren Div. Das heißt, das wird jetzt hier nochmal entfernt. So, und jetzt kriegen wir auch hier keinen Fehler mehr. Und jetzt sehen wir, haben wir hier ein Styling. Wir brauchen natürlich hier drin dann diese beiden Elemente. Das heißt, diesen Button und dieses H1, das gehört hier dann in diesen Div rein, dass Sie eben auch diese Stylings abkriegen. So, und jetzt sehen wir hier, haben wir Einkaufen, ist dann eben grün, weil das war ja in unserer Doodle-List hier als done definiert. Und den Rest haben wir dann eben in rot. Ich muss sagen, geben wir hier auch noch einen Text white. Das sieht dann einfach nicht besonders gut aus. Mit dem Schwarz auf Dunkelgrün. Okay, und damit wären wir jetzt hier mit dem Styling von der To-Do erstmal fertig. Jetzt können wir uns um das Logische kümmern. Und zwar, wenn wir hier draufklicken, dann wollen wir hier das Ganze verändern. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf Einkaufen klicken, dann wollen wir, dass dieses done in dem Fall wieder zurückgesetzt wird auf False. Oder wenn wir hier bei Sport klicken würden, dann würde es auf True gesetzt werden. Und dafür können wir jetzt hier mal eine Funktion schreiben. Und zwar einfach mal eine Funktion, die eben done eben auf das Gegenteil setzt. Ganz wichtig, wenn man Funktionen in einem React-Component verwenden will, muss man diese innerhalb von diesem Component auch definieren. Das heißt, nicht hier außen, sondern hier drin. Und hier würde man dann zum Beispiel schreiben, const, irgendwie change, do. Dann nehmen wir hier mal eine normale Arrow-Funktion und wir setzen dann das to-do. Also wenn es eben done ist, dann setzen wir es eben auf anderen. Das geht in JavaScript auch relativ einfach. Das heißt, wir können hier done, ist, done eingeben. Und damit können wir hier relativ gut toggeln. Und das wollen wir auslösen, wenn wir hier das hier eben klicken, also diesen Text. Und um eine Funktion an ein HTML-Element zu binden, müssen wir hier ganz normales JavaScript verwenden. Und zwar wollen wir wissen, was passiert bei welchem Ereignis. Und wir können jetzt hier ein Click-Event binden. Das ist ganz normales JavaScript hier. Hier mit on kriegen wir verschiedene Sachen, wo wir eben die Elemente binden können. Und wir wollen hier ein on-Click. Hier drin kriegen wir dann direkt diese Curly-Braces. Und hier drin geben wir dann diese to-do-Funktion ein. Ganz wichtig, wir führen sie nicht aus. Wir pointen oder wir geben nur einen Pointer hier weiter. Und diese Funktion wird erst getriggert, wenn wir auch wirklich draufklicken. Das ist ganz wichtig, dass man hier eben keine Klammern schreibt und damit direkt die Funktion callt. Also so gehört das Ganze. Und ich würde sagen, wir loggen auch hier mal das Ganze dann noch. Und zwar loggen wir jetzt hier mal done. Und wenn wir jetzt hier mal draufklicken, dann sehen wir, okay, false, true, false. Also hier togget das Ganze. Aber das ist jetzt komisch, oder? Weil wir haben ja gesagt, wenn hier das Ganze auf true ist, dann wird das Ganze hier grün dargestellt. Wenn das Ganze auf rot ist, dann wird das Ganze eben auf false dargestellt. Aber wir ändern ja hier eigentlich die Werte. Warum funktioniert das Ganze nicht? Das liegt daran, wie React eben unsere Components rendert. Und React kennt diese Werte jetzt hier erstmal nicht. Also React rendert das Ganze wieder von vorne. Die Properties werden von der To-Do-List übergeben. Und damit wird hier ein Rerender von diesem Element hier erzeugt. Das heißt, wir sind wieder bei dem Ausgangspunkt, wo wir hier auf true waren. Und damit React eben weiß, dass hier ein Component ändert, müssen wir hier auf einen anderen Weg zurückgreifen. Und zwar auf sogenanntem State. State erlaubt es uns, eben solche Änderungen auch in der UI dann eben darzustellen. Damit wirklich auch unser Component hier von diesen Änderungen erfährt. Weil aktuell haben wir zwar hier ein true und false geändert, aber der Component weiß nichts davon. Weil er eben immer wieder neu gerendert wird und immer wieder diesen Ausgangs-State kriegt. Also ihr kriegt immer wieder true und damit ist es auch immer wieder grün. Völlig egal, wie oft wir hier draufklicken. Um in unseren Components State zu benutzen, gibt es derzeit, ich glaube React 16.8, sogenannte React Hooks. Durch die wir eben, ja, State verwenden können, ohne Class-Based Components zu schreiben. Also wir haben hier Funktionen. Wir könnten auch Klassen schreiben, aber mit React Hooks brauchen wir das eben nicht mehr. Und React liefert diese Hooks eben schon aus. Und diese können wir einfach ganz normal aus der React Library importieren. Und zwar importieren wir in dem Fall den Use-State Hook. Hierfür destructuren wir bei dem Import, das ist ganz wichtig, dass wir hier diese Klammern verwenden, eben das Objekt. Und importieren eben Use-State from React. Und damit können wir jetzt Use-State, beziehungsweise den Use-State Hook hier in unserem Component verwenden. Dieses Use-State müssen wir genauso wie hier diese Funktion innerhalb von dem Component verwenden. Wir müssen in Use-State zwei Sachen definieren. Und zwar, hier nutzen wir ein Array-Syntax. Und zwar wollen wir jetzt hier unseren Ausgangs-State haben und die Funktion, mit der wir diesen State verändern können. Nennen wir das mal hier istDone. Und hier die Funktion, in der Regel schreibt man das irgendwie mit Set. Set-Done. Das wären jetzt hier in dem Fall, das wäre unser State. Und das wäre die Funktion, um den State zu ändern. Und das holen wir uns raus aus dieser Use-State-Funktion. Und hier brauchen wir dann noch einen Start-Parameter. Hier können wir alles Mögliche reinschreiben. Das String, können ein Objekt noch definieren. Und wir wollen ja hier dieses Done haben. Das kriegen wir hier aus den Parametern mit. Und das heißt, hier einfach Done eintragen. Und je nachdem, ob das Duo eben erledigt ist oder nicht, kriegen wir jetzt hier ein True oder False als Startwert. Und hier drin können wir dann das Ganze verändern. Ganz wichtig, State niemals direkt überschreiben. Also in dem Fall, was wir hier gemacht haben, dass wir hier so eine Toggle-Funktion haben, sondern hier müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Und zwar können wir hier dann sagen, if ist Done. Ganz wichtig hier in dem Fall dann nicht das Done verwenden, weil das ist ja nur ein einziges Mal definiert. Das kriegen wir über die Properties. Das ist der Wert, der dann eben gespeichert wird. Dieser Wert wird durch diese Set-Done-Funktion verändert. Initial ist es eben dieses False oder True. Und je nachdem, ob der jetzt eben False oder True ist, können wir dann hier drin sagen, wir wollen das Ganze verändern. Und zwar in dem Fall wäre es jetzt hier True. Und wenn dem so ist, dann setzen wir das Ganze auf False. Und wenn dem Ganze nicht so ist, dann setzen wir das über Else auf True. So, und damit können wir jetzt hier den State verändern. Sonst müssen wir in der Funktion nichts ändern, aber wenn wir jetzt hier nochmal auf Einkaufen drücken, dann sehen wir, okay, passiert erstmal nichts. Das liegt eben daran, dass wir auch hier in dem Klassennamen das Ganze ändern. Das heißt, wir dürfen dann nicht mehr das verwenden, was wir hier aus den Funktionsargumenten kriegen, sondern müssen hier den State verwenden. Das heißt, statt diesem Done nehmen wir jetzt hier, die ist Done-Variable. So, und wenn wir jetzt nochmal hier draufklicken, dann sehen wir, okay, jetzt ändert sich auch die Visualisierung. Das heißt, jetzt erkennt hier in dem Fall React auch den State von unserem Component und wir können diesen einfach hier dann eben verändern. Okay, also dieser Ansatz, der funktioniert erstmal so ganz gut. Das heißt, wir können hier eben To-Dos auf Erledigt setzen und auf Nicht-Erledigt. Allerdings haben wir ein kleines Problem und zwar dieses Problem tritt auf, wenn wir hier unsere To-Dos zählen wollen. Das heißt, wie viele von unseren To-Dos sind noch offen. Warum das so ist, lasse ich mal als kleinen Brain-Teaser hier offen. Wir werden das Ganze einfach mal zusammen direkt hier bearbeiten. Und zwar erstellen wir jetzt hier mal eine neue Funktion, die uns diese To-Dos hier zählt. Dafür einfach, ganz wichtig, wieder innerhalb von diesem Component hier eine neue Funktion erstellen und die nennen wir einfach mal CountOpen, also für Count offene To-Dos. Das Ganze wird wieder eine Arrow-Funktion, braucht jetzt hier keine Argumente. Und was die jetzt letztlich macht, ist, sie zählt die offenen To-Dos. Und auch hier wollen wir jetzt das Ganze natürlich irgendwie persistieren. Das heißt, wir brauchen wieder State. Hier importieren wir dann wieder useState from React. Und wir werden auch hier, also hier machen wir jetzt einfach mal noch gar nichts. Wir werden jetzt hier mal den State initialisieren. Hier wieder über diese Array-Funktion, also count, äh, const, openCount nennen wir das Ganze mal. Und dann hier in dem Fall countOpenToDos ist useState. Und hier brauchen wir wieder einen initialen Wert. Der ist erstmal gar nicht so wichtig. Ich werde hier einfach 0 nehmen, weil der wird sowieso beim ersten Rendern hier direkt überschrieben. Und dann können wir jetzt hier die To-Dos counten. Und das machen wir am besten, indem wir hier eine Array-Method verwenden, und zwar die Filter-Method. Hier können wir dann filtern nach den To-Dos, die hier noch auf false stehen. Und dafür nehmen wir einfach hier To-Dos.filter. Hier haben wir wieder eine Arrow-Funktion. Und wir returnen dann wieder. Hier ein Item. Und wir returnen von dem Item, wenn es hier eben done ist, beziehungsweise nicht done, negieren können wir hier mit dem Ausrufezeichen, dann returnen wir dieses Element. Wenn nicht, dann wird es nicht returned. Und das weisen wir jetzt hier einer neuen Variable zu. Und diese Variable nennen wir dann einfach mal const, zum Beispiel doneToDos. Das ist jetzt kein perfekter Name, aber ist erst mal nicht so wichtig. Und hier wollen wir dann eben zählen, wie viele es sind. Und mit dem Ergebnis hier wollen wir dann diesen State verändern. Das heißt, das hier soll die neue Zahl werden. Und das machen wir hier mit dieser Funktion. Das heißt, wir setzen hier count, also schreibe ich mal klein, countOpenToDos, countOpenToDos, und wir setzen das dann auf doneToDos, und zwar nicht das ganze Objekt, das wir zurückkriegen, sondern die Länge von diesem Objekt. Das ist ja wieder ein Array, der eben reduziert ist. Und damit überschreiben wir diesen initialen Wert von 0. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem, und zwar dieses OpenCount. Dieses OpenCount, das werden wir auch direkt verwenden, und zwar werden wir das einfach mal hier drunter verwenden. Schreiben wir mal hier eine neue H2, und dann einfach mal hier offene ToDos, und dann hier brauchen wir wieder die CurlyBraces, und dann hier OpenCount. So, jetzt sehen wir offene ToDos 0. Ja, warum ist denn das ganze 0 und jetzt hier nicht eben 2? Weil hier meine 2 False Elemente liegt daran, dass diese CountOpenFunktion einfach gar nicht ausgeführt wird. Das ist natürlich blöd, wir wollen diese Funktion natürlich ausführen, wenn wir hier diesen Component laden. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, einfach hier drin CountOpen auszuführen, und was jetzt passiert, ist folgendes, und zwar wir kriegen hier Error, TooManyReRenders, React limits the number of renders to prevent an infinitive loop. Ja, also das funktioniert nicht, und der Grund, warum wir hier TooManyReRenders kriegen, ist, da sobald hier eine Dependency in diesem ReactComponent geändert wird, dann rendert eben diese Funktion neu. Dann setzen wir hier wieder diese ToDo's, wir setzen das Ganze wieder auf 0, und das wird hier wieder gezählt, und der ganze Spaß beginnt vom Neuen, das heißt, hier haben wir einen sonst infinite loop, wenn das hier React nicht unterbrechen würde, und deswegen können wir das hier nicht so lösen. Und dafür gibt es einen weiteren React Hook, der dafür sorgen kann, dass wir eine Funktion nur ein einziges Mal oder eben an einer anderen festgelegten Anzahl an Aufrufen eben ausführen können. Und dieser Hook heißt UseEffect. Den können wir hier auch importieren. UseEffect. Und den können wir hier drin ganz normal nutzen. Also einfach UseEffect. Und auch hier verwenden wir eine Arrow-Funktion. Und innerhalb von diesem UseEffect können wir dann unsere Funktion callen. Zum Beispiel dieses CountOpen. und jetzt sehen wir, haben wir hier zwei offene To-Dos. Und das liegt daran, dass wir hier dieses UseEffect haben und dieser Infinite Loop eben verändert wird. Wir können hier bei dem UseEffect auch noch ein Parameter eingeben. Und zwar können wir hier sagen, wir wollen in einem Array die Dependencies hier definieren. Und zwar, wenn sich etwas ändert, dann soll dieser UseEffect Hook ausgeführt werden. Und das soll ja immer so sein, wenn sich hier dieser OpenCount ändert. Weil es soll ja nicht, wenn wir irgendwie einen Button drücken oder zu dieser Funktion neu gecallt werden, sondern wirklich nur, wenn sich eine Dependency hier ändert. Und das heißt, wir können hier in dem Array eben dieses OpenCount reinpacken. Und sobald sich das hier verändern würde, dann hätten wir in dem Fall dieses UseEffect beziehungsweise die CountOpen-Funktion innerhalb von dem Ganzen hier getriggert. So, jetzt kommen wir auch zu unserem kleinen Problem. Und zwar, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben zwei offene To-Dos, Sport und Programmieren. Das ist ja richtig. Das ist der initiale State, wie unser Component hier gerendert wird. Wenn wir allerdings hier draufklicken, dann müsste hier eigentlich eine 3 stehen. Aber das Problem ist, dieser Component hier, der weiß gar nicht, dass wir hier in dem Child-Component hier den State verändert haben. Der State ist nur innerhalb von diesem Child-Component gültig, aber eben nicht außerhalb. Und was wir eigentlich bräuchten ist, dass diese To-Do-List hier von diesem State hier weiß. und mit diesem Ansatz kommen wir hier leider nicht weiter. Das heißt, das können wir nur machen, wenn wir wissen, dass wir diesen State auch wirklich nur innerhalb von diesem Component brauchen. Da wir aber den State von dem Child-Component auch in dem Parent-Component verwenden müssen, müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass der Child-Component diesen State mit dem Parent-Component kommunizieren kann. Und das machen wir jetzt. Okay, um das hier zu machen, werden wir jetzt hier erstmal das Ganze ein bisschen aufräumen. Also dieses Use-State brauchen wir hier drin nicht mehr, weil wir hier keinen lokalen State mehr definieren werden. Das heißt, wir können hier mal dieses Change-To-Do mal fast komplett raushauen. Wir werden jetzt hier nur noch mal etwas loggen, wie zum Beispiel Hallo. Einfach damit wir sehen, dass hier was gelockt wird. Hier haben wir natürlich auch kein Is-Done mehr, sondern eben nur noch das Property, das wir hier mitkriegen. So, jetzt läuft das Ganze wieder. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir auch das Hallo. Das kommt von dem To-Do JS-Component. So, soweit, so gut. Jetzt wollen wir allerdings, dass das Ganze von diesem Component kommt. Und das können wir, wie bei hier diesen Daten, auch über Properties machen. Das heißt, wir können nicht nur Daten als Properties weitergeben, sondern auch Funktionen. Und hier drin werden wir dann unsere Funktion eben definieren. Das heißt, wir werden jetzt hier auch mal einen neuen State noch anlegen. Und den State nennen wir einfach mal jetzt hier To-Dos. nennen wir hier das Ganze mal All-To-Dos. Einfach, dass wir hier ein bisschen sauberer sind, was die Wörter angeht. Und hier werden wir dann das Ganze Set-To-Dos nennen. Also das ist unsere Funktion, die diesen State hier verändert. Und hier drin, werden wir dann New State verwenden. Und unser initialer Wert ist in dem Fall All-To-Dos. So, damit ändern sich jetzt hier erstmal nichts, außer dass wir sehen, dass wir das eben nicht benutzen, diese Set-To-Dos-Funktion. Das werden wir aber jetzt gleich machen. So, hier drin schreiben wir jetzt eine neue Funktion. Die nennen wir einfach mal Change-To-Do. Und das wird eine Arrow-Funktion. Und hier drin definieren wir dann, was wir da machen. Die geben wir dann hier als Property weiter. Und was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist, wir wollen ja ein gewisses To-Do verändern. Und da wir hier ja ein Array von To-Dos haben, können wir hier, oder brauchen wir hier besser gesagt, ein Index. Das heißt, wir wollen ja wissen, welches To-Do wir verändern. Das war vorher nicht notwendig, da wir ja wirklich nur ein To-Do-Objekt hatten, das wir eben auf True oder False gesetzt haben. In dem Fall brauchen wir das. Und was wir außerdem brauchen, ist, wir brauchen eine Kopie von unserem State. State sollte man ja niemals direkt verändern. Und deswegen erzeugen wir jetzt hier erstmal eine Kopie. Und das geht über den Spread-Operator. Und hier erzeugen wir dann einfach eine neuen Array mit To-Dos. Und das ist jetzt hier der alte State und das ist jetzt hier die Kopie von dem State. Und diese Kopie, die können wir verändern. Wie gesagt, niemals direkt den State verändern. Und hier können wir ja einfach wieder über den Index arbeiten. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, if NewToDos und dann den Index. In dem Fall ist das hier dynamisch. Also Index wird dynamisch sein. Dann, wenn der hier auf True ist, dann wollen wir hier das auf False setzen. Ebenfalls von dem Index hier. Dann setzen wir hier NewToDos Index auf False. Und wenn dem nicht so ist, dann setzen wir NewToDos Index auf True. Das heißt, hier toggeln wir dann sozusagen über diese Funktion. Also wir wollen diesen State wieder überschreiben. Und das geht eben mit dieser Funktion, die wir hier definiert haben. Wichtig, diese Funktion schreibt immer einen neuen State. Also SetToDos ist in dem Fall dann NewToDos. Also unsere Kopie von dem alten State. Aber wichtig, hier habe ich das Const natürlich noch vergessen. Deswegen haben wir jetzt hier einen Error bekommen. Und jetzt sehen wir auch, jetzt passt das Ganze wieder. Und ja, jetzt würde ich sagen, übergeben wir das jetzt hier mal als Property. Und zwar ist das so der Standard, dass man das mit einem gewissen Naming übergibt. Und zwar On. Also so eine Art Handler. On, das heißt, wenn etwas passiert, OnChangeToDo, dann soll das hier ausgeführt werden. Und zwar ChangeToDo. So, hier aus diesem OnChange machen wir noch ein OnChangeToDo. Und dann können wir jetzt hier in das Schaltkomponent gehen. Oh, ganz wichtig, eine Sache habe ich hier noch vollkommen übersehen. Und zwar wollen wir natürlich nicht das Ganze ToDo hier auf Holz setzen, sondern natürlich nur das Done-Attribut. Weil sonst kriegen wir jetzt hier gleich einen Fehler, wenn wir versuchen, das Ganze darzustellen. Also wichtig, hier das richtige Attribut auf Holz setzen, nämlich das Done. Okay, jetzt können wir in unser ToDo und hier drin werden wir dann das hier destrukturen. Und zwar einfach, indem wir das wieder hier hinten dranhängen. Also wir destrukturen hier das ganze Props-Element, ziehen uns hier die Funktionsnamen raus und so machen wir das eben auch mit der Funktion selbst. Dann brauchen wir außerdem, weil diese ChangeToDo-Funktion ja noch einen Index braucht, auch hier einen Index. Und der Index kommt ja bereits mit der Map-Funktion. Das heißt, den können wir hier einfach auch weiter nutzen. Eben hier haben wir den Index von dem Ganzen. Den nutzen wir auch schon als Key. Können ihn auch nochmal als extra Variable hier verwenden. So, dann das gleiche hier nochmal von dem Index. Und jetzt können wir hier gucken, dass wir das bei dem Klick eben nutzen. Ganz wichtig, hier OnChangeToDo. Das mache ich mal raus. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Machen wir hier OnChangeToDo. Wenn wir das so machen, haben wir das gleiche Problem wie vorher, nämlich dass wir jetzt ein Infinite Loop kriegen werden, weil die Funktion immer wieder gecallt wird, sobald hier etwas neu gerendert wird. Also ganz wichtig hier, das Ganze, sobald man hier nämlich so ein Parameter braucht, muss man das über eine Callback-Funktion lösen. Das heißt hier, Klammer, runde Klammern, dann den Callback definieren und in Klammern dahinter die Funktion. Und wenn wir jetzt OnChangeToDo und den Index eingeben, dann wird die Funktion eben nur als Callback aufgerufen und hier nicht bei jedem Rerender. Das heißt hier hört das Ganze wirklich nur auf den Klick. So, und jetzt sehen wir, okay, das Ganze passiert offensichtlich ganz gut. Das heißt, wir können jetzt hier den State ändern in unserem Child-Component, aus dem Parent-Component heraus. Ich mache vielleicht, um das nur ein bisschen klarer zu machen, logge ich einfach mal hier den Index und dann sehen wir auch console.log und zwar den Index und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir hier H0 und wir sehen vor allem, woher der Funktions-Call kommt. Das heißt, er kommt aus dieser To-Do-List und nicht mehr wie vorher aus dem To-Do. Also, so weit funktioniert das Ganze schon mal. Eine kleine Sache haben wir jetzt hier allerdings noch. Und zwar hier wird immer noch falsch gezählt. Das heißt, das bleibt bei 2 und das liegt an dem initialen State, den wir hier drin haben und ich nehme an, dass es hier einfach dann eben wo ist es denn? Genau, hier wird gezählt. Genau, jetzt hier haben wir ja Open Count und dieses Use-Effect, das wird ja nur ausgeführt, wenn sich Open Count ändert. Allerdings nicht, wenn sich hier die To-Dos ändern. Das heißt, wir brauchen hier drin dann jetzt eigentlich auch nicht mehr das Open Count, sondern das ändert sich dann nur noch also wir führen diese Funktion nur auf, wenn sich das To-Do an sich selbst verändert und das sehen wir jetzt hier, wenn wir draufklicken, dann funktioniert das Ganze. Jetzt haben wir nur noch eine offene To-Do und als Dependency eben diesen kompletten To-Do-Array, sobald wir den hier verändern und das machen wir bei jedem Mal, wenn wir diese Change-To-Do-Funktion aufrufen, dann wird diese Use-Effect-Funktion getriggert, diese ruft die Count-Open-Funktion aus und setzt den State eben auf den neuen Wert von dieser Count-To-Do-Funktion, was wir hier rauskriegen. So, das ist erstmal der Workflow, den wir jetzt hier haben. Das heißt, wir passen unsere Funktion als Attribut hier an das Child, das gibt das Ganze wieder zurück, ändert den State und wir kriegen hier unsere To-Do-App zurück. So, also damit sind wir schon ziemlich weit gekommen und wir können auch jetzt hier mal mit dieser Delete-Funktion arbeiten oder mal anfangen, weil bei Löschen passiert aktuell noch gar nichts. Das ist auch gar nicht so schwierig. Wir haben eigentlich das Komplexere schon hier gemacht, aber ich würde sagen, das setzen wir jetzt hier mal ähnlich um und zwar nennen wir das Ganze mal Const-Delete-To-Do. Auch hier brauchen wir den Index, damit wir das richtige Element entfernen und auch hier werden wir wie vorher erstmal den To-Do-Array, also den State, kopieren, da wir wie gesagt den State nicht direkt ändern sollen und hier werden wir dann einfach sagen, dass wir aus diesem Array etwas entfernen wollen. Das geht ganz gut mit new-to-dos.splice. Damit können wir einzelne Elemente aus diesem Array entfernen und zwar wollen wir das Element entfernen, das fängt an bei dem Index und hier als zweiten Parameter können wir definieren, wie viele Elemente wir entfernen wollen und das ist in dem Fall dann eben ein einzelnes Element und dann wollen wir unsere setState-Funktion callen, weil wir ja ein setToDos-Funktion natürlich, die den State hier dann eben setzt und das passiert genauso wie hier, das heißt wir setzen hier den neuen State und diese Delete-Funktion wird allerdings auch hier noch nicht ausgeführt. Hier ganz wichtig, müssen wir das gleiche machen wie vorher, das hier als Property übergeben und sagen wir auch hier onDeleteToDo ist und dann hier deleteToDo. dann wieder in das Schalt-Component gehen und hier onDeleteToDo habe ich das so geschrieben hier ist lieber noch mal wo wir eigentlich Teilbus drin haben aber das passt ok und diese Funktion wollen wir aufrufen wenn wir hier diesen Löschen-Button klicken und auch hier können wir dann einfach sagen onClick ist und zwar diese onDelete-Funktion ebenfalls wie hier da wir hier einen Index als Parameter haben brauchen wir hier eine Callback-Funktion das heißt runde Klammern dann Arrow-Funktion und hier den Callback definieren in geschweiften Klammern so dann onDeleteToDo und den Index ok jetzt sollten wir wenn wir draufklicken ein ToDo entfernen können und wie wir sehen können das funktioniert wenn wir die Seite refreshen sehen wir unsere ToDos wieder und ja also die Funktionalität haben wir jetzt auch schon mal was uns allerdings allerdings natürlich wie in jeder CRUD-Applikation noch fehlt ist das Create das heißt das Erstellen von dem ToDo dafür werden wir hier in der ToDo-List selbst ein weiteres Feld erstellen und zwar hier unter den offenen ToDos und hier werde ich einfach mal eine Form erstellen da wir hier eine Input-Form haben werden und hier drin packen wir dann rein einen Input vom Type Text wir können hier mal ein Placeholder definieren mit NoiseToDo und jetzt sieht man das hier schon dann brauchen wir außerdem noch einen Submit Button und dafür werden wir einfach hier noch einen weiteren Input erstellen und zwar Input Type ist Submit und dann können wir hier noch sagen Add True und jetzt müssen wir auch noch definieren wie viel davon denn das erste Element kriegt und wie viel davon das zweite dafür hier in das Input Text Feld und hier und hier ClassName ist col-span 2 und das andere Input Feld kriegt eben noch 1 col-span minus 1 und damit haben wir jetzt das Ganze hier so ausgerichtet dann würde ich sagen geben wir hier noch diesem diesem Form hier ein bisschen Padding auch in alle Richtungen also nach beziehungsweise nach oben nach unten und geben wir hier auch dem Input Feld ein Padding so damit das ein bisschen größer einfach aussieht geben wir hier dem Text mal eine andere Farbe ich würde sagen geben wir mal Text Grey 900 für neues To-Do so jetzt können wir hier dann eben reinschreiben wenn wir wollen hier sehen wir auch der Text ist hier weiß das heißt auch hier müssen wir den Text noch ändern ich würde sagen geben wir dem Ganzen auch ein dunkles Grau in dem Fall eben auch dann einfach Text Grey 900 und jetzt haben wir hier den Text drin so also aber wie kriegen wir jetzt hier diesen Text den wir hier schreiben in dieses To-Do rein und dafür werden wir jetzt hier ebenfalls einen neuen State definieren und zwar const nehmen wir das einfach mal jetzt hier Text Input und set Text Input hier use State und wir fangen hier an mit einem Leerzeichen das heißt wir fangen hier an einfach mit keinem Text als Anfang State so irgendwie müssen wir jetzt hier diesen Text aber auch tracken und das geht indem wir hier sogenanntes Input Binding machen und dafür gibt es eine Funktion auch in JavaScript die wir auch hier direkt verwenden können und dafür schreiben wir hier mal eine neue Funktion const changeText ist in dem Fall dann einfach wieder eine Arrow Function und diesmal ist sie allerdings nicht leer sondern wir können wenn wir hier in so einem Input Element in einem Text Element bewegen können wir diverse Sachen einfach so mit tracken und wir können ein Event tracken das ist in der Standard normalerweise immer mit I abgekürzt für Event und wir tracken I.Target .Value das ist dann der Wert der hier drin eben geschrieben wird und den können wir einfach auch mal loggen damit wir sehen was da so abgeht und diese Funktion die binden wir jetzt an dieses Input Feld und zwar einfach indem wir sagen diesmal nicht on Click sondern hier haben wir das Input Feld on change und hier dann die Funktion changeText wenn wir jetzt wieder die Konsole öffnen dann sehen wir auch hier drin refresh hier mal kurz wenn wir jetzt hier etwas tippen dann wird bei jedem change in diesem Input Text auch hier diese Funktion getriggert und wir loggen jetzt hier in dem Fall einfach dann diesen Wert und wir können auch ganz einfach so den State verändern und zwar können wir dann sagen wir wollen dieses set TextInput das ist die Funktion die hier eben den State verändert wir wollen damit einfach hier das verändern und damit haben wir jetzt hier diesen TextInput den können wir theoretisch dann auch weiterhin in der Variable nutzen und damit haben wir jetzt hier schon eben diesen State verändert und diesen State können wir zum Beispiel nutzen wenn wir dann bei AddToDo draufklicken um eben neueste do anzulegen hier würde ich auch noch mal ein Cursor kurz hinzufügen das stört mich bei Buttons immer wenn da kein Cursor ist also Cursor Pointer so damit haben wir jetzt hier einen Cursor also einen Pointer oder so einen Daumen drüber ok jetzt können wir hier weitermachen und zwar wollen wir hier das neue Element hinzufügen wenn wir hier draufklicken aktuell passiert da noch gar nichts und wie wir sehen können es passiert sogar etwas sehr ungünstiges wenn wir hier draufklicken und zwar wird die Seite refreshed normalerweise ist es nämlich so wenn wir hier eine Form submitten dann wird eben uns vom Server eine neue Seite geschickt da wir allerdings solche Sachen also so ein Refreshing alles in React handeln wollen wollen wir so ein Verhalten vermeiden und das machen wir jetzt hier mal indem wir hier eine Funktion für diesen Submit Button schreiben dafür schreiben wir hier eine Funktion einfach mal const submit und hier ein Arrow Function und hier brauchen wir auch das Event und das Event brauchen wir nämlich weil wir hier ein Event Prevent Default ausführen wollen und dieses Event Prevent Default sorgt dafür, dass der Standard Event in dem Fall, wenn wir auf den Button klicken nicht ausgeführt wird also wir verhindern dieses Event und diese Funktion müssen wir jetzt hier noch also ich zeige es noch mal kurz wenn wir hier draufklicken dann sehen wir hier einen Refresh also das sieht man ganz deutlich dass dann einfach das komplette Ding hier neu geladen wird wenn wir allerdings hier bei dem Button onClick das Ganze hier und diese Funktion hier binden dann sehen wir jetzt jetzt haben wir ja kein Reload dieser Seite das ist das erwartete und auch verwünschte Verhalten bei einer Single Page Application so dann schreiben wir mal hier die Funktion weiter und zwar was wir hier haben wollen ist wir wollen dieses To-Do was hier drin steht diesem Array hier hinzufügen hier erzeugen wir erstmal einen neuen Array das machen wir genauso wie vorher und zwar einfach indem wir hier eine neue To-Do Variable erzeugen und diesmal können wir allerdings hier statt einfach den kompletten Array einfach so abzubilden auch direkt die neuen Werte reinpacken und das ist ja in dem Fall ein Objekt das mit dem Key hier Description anfängt das heißt wir haben jetzt eine Description und diese neue Description ist in dem Fall unser Text Input und dann haben wir außerdem hier drin noch machen wir das mal ein bisschen sauberer so und dann ist false To-Do's begin standardmäßig mit unerfüllt so jetzt können wir das was wir hier drin haben einfach als neuen State definieren und das geht wieder über Set To-Do's und dann New To-Do's ok probieren wir das mal aus schreiben wir mal hier irgendwas rein und jetzt sehen wir hier haben wir jetzt hier neue To-Do's die können wir auch abhaken und auch löschen also das funktioniert auch das heißt wir haben jetzt hier unsere Applikation um das Create ergänzt also eine Sache stört mich hier ein bisschen und zwar das All To-Do's das brauchen wir nämlich hier nicht mehr und jetzt kriegen wir hier natürlich einen Fehler weil wir hier ja useState mit All To-Do's initialisieren das heißt hier nehmen wir einfach ein Lern Array und jetzt sind wir hier bei 0 und können neue To-Do's anlegen können die abhaken können die löschen aber eine Funktionalität fehlt uns halt noch komplett und das ist das wenn wir hier F5 drücken dann sind nämlich alle To-Do's einfach direkt wieder weg und das wollen wir jetzt verhindern indem wir jetzt hier unsere To-Do's in Local Storage setzen und das werden wir jedes Mal machen sobald sich dieser To-Do Array hier eben verändert das heißt wir können dieses Use Effect hier unten nutzen und hier drin können wir dann in Local Storage eben unsere To-Do's eintragen und das ist ziemlich einfach und zwar einfach über die Local Storage API und dann Local Storage setItem dann den Namen von unserem Key den wir hier haben wollen in dem Fall nennen wir es einfach mal Items und was wir dann brauchen ist einen weiteren Key also wir brauchen jetzt hier nicht unsere To-Do's sondern wir brauchen einen String das heißt wir müssen aus unserem To-Do's Object einen String machen und das geht mit JSON Stringify und dann das Objekt To-Do's so und jetzt wird wir jedem Mal wo wir hier diesen To-Do's Array verändern das Ganze in Local Storage reingepackt das können wir uns auch mal angucken und zwar über Local Storage Punkt GetItem können wir hier über den Namen also von Items kriegen wir jetzt hier unsere To-Do's zurück wie wir sehen können ist das Ganze auch hier in Anführungszeichen das heißt wir haben hier eben einen String wenn wir jetzt hier F5 drücken dann sehen wir natürlich okay wir sind wieder bei 0 das liegt einfach daran dass wir zwar bei jedem Mal das Ganze speichern aber uns bei dem Restart das Ganze nicht wieder aus Local Storage hier zurückziehen und dafür können wir sogenannten Lazy Initial State nutzen das ist ein State der wird einmalig ausgeführt sobald diese Seite hier lädt aber kein zweites Mal verwendet und das können wir am besten machen indem wir hier statt diesem Lern Array den wir aktuell haben hier eine Callback Function schreiben und zwar was wollen wir? wollen aus Local Storage machen wir erstmal hier eine neue Variable die nennen wir mal Const Items und diese ist dann eben Local Storage Punkt Get also das was wir eben auch geschrieben haben GetItem und dann den Namen das ist dann Items hier kriegen wir dann eben einen String zurück und wir wollen diesen String auch wieder in ein JavaScript Objekt zurück verwandeln das geht auch ziemlich leicht nennen wir das Ganze mal hier Parced und dann einfach JSON Parse Items also natürlich hier ist undefined weil wir das Ganze noch returnen müssen und wenn wir jetzt das Ganze returnen dann sehen wir dann kriegen wir auch hier jetzt wieder unsere Null To Do's ok hier können wir jetzt Sachen eintragen und wenn wir jetzt refreshen dann sind unsere Items auch gespeichert einen kleinen Schönheitsfehler hat die Sache noch und zwar wenn wir auf Local Storage gehen und dann Delete Item eingeben sorry nicht Delete sondern Remove Item und dann den Namen und dann hier einfach Items und jetzt refreshen dann kriegen wir hier einen Fehler das liegt daran da hier versucht wird dieses Item hier zu finden und hier versucht wird dann eben ein nicht gefundenes Item hier zu passen das heißt hier wird dann ein Null returned und dieses Null ist ja der neue State also das ist dann Null To Do's ist eben kein leerer Array mehr sondern einfach Null und Null hat keine Map Methode das heißt hier kriegen wir einfach einen Error und was wir hier machen können ist ziemlich leicht einfach hier ein Alternativpferd definieren mit zwei Pipe Operators und dann den alternativen Wert wenn wir hier nichts finden und das ist einfach ein leerer Array und jetzt haben wir hier eben nichts passen können und damit kriegen wir einen leeren Array und sehen jetzt hier Null offene To Do's wenn wir das wieder eintragen dann sehen wir kommen jetzt hier neue To Do's wir können refreshen und sehen ja funktioniert wunderbar eine Sache die stört mich ja auch noch ein bisschen und das ist das hier wenn wir hier nämlich neue Werte eintragen dann haben wir immer weiterhin noch den Text unseres alten To Do's normalerweise würde man erwarten wenn man eine Form submittet dass das hier dann sozusagen auf einen leeren String zurückgesetzt wird das können wir auch machen indem wir einfach hier wenn wir Submit drücken dann hier einfach nochmal die Funktion die hier den State von diesem Item hier setzt das ist ja in dem Fall TextInput also dass wir das eben auf einen leeren String setzen also was eben auch der Ursprungsstate war und das geht einfach hier dann über SetTextInput und den setzen wir dann auf einen leeren String okay wenn wir jetzt hier was eingeben ich lösche hier mal ein paar andere To Do's wieder raus und sagen wir einfach mal sowas okay dann sehen wir aber immer noch dass wir hier diesen Wert hier drin haben und das liegt daran das wird es für den State zurücksetzen allerdings der State beziehungsweise dieses Inputfeld weiß nichts von dem State und hier müssen wir jetzt Two-Way-Data-Binding implementieren das geht indem wir hier runter gehen in den Input und hier dann als Value etwas definieren und zwar ist das hier wieder eine JavaScript Expression und was wir hier drin brauchen ist dieser State also in dem Fall ist das TextInput den packen wir jetzt hier als Value rein und damit haben wir jetzt Two-Way-Data-Binding das heißt diese Werte hier oder dieses Input und der State updaten sich gegenseitig das heißt wenn wir hier etwas eintragen wird der State geupdatet und wenn wir den State updaten wird auch der Input geupdatet so und jetzt sehen wir haben wir hier wieder ein leeres Feld und können ein neues To-Do anlegen so das wäre es auch schon von dem kleinen Crashkurs wir haben jetzt hier eine einfache aber doch relativ umfangreiche App jetzt hier zusammen entwickelt mir ist definitiv bewusst dass hier auch schon einiges reingeht wo wahrscheinlich nicht alles von Anfang an klar ist deswegen nimm dir die Zeit wenn du etwas nicht verstanden hast guck dir es vielleicht nochmal an spiel ein bisschen mit dem Code React hat eine leichte Lernkurve und es ist nicht normal dass man das von Anfang an direkt 100% versteht von daher einfach mal ein bisschen üben wenn du Fragen hast natürlich weiterhin auch gerne in die Kommentare schreiben ich beantworte die gerne und ansonsten wenn dir das Video gefallen hat dann gerne liken und mir ein Abo da lassen bis dann